Wow, oh, verdächtiger Baxter. Das Bild sieht cool aus, muss ich ehrlich sagen, das Bild sieht echt genial aus. Aber, ich weiß nicht, dieses Bild deutet irgendwie fast darauf hin, dass er der Mörder wäre. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Ist Baxter wirklich verstrickt hinter den Morden? Versucht er uns im Prinzip nur davon abzuhalten, die Wahrheit zu finden? Hm, dies und vieles mehr sehen wir in der nächsten Folge. Nein, jetzt in Wirklichkeit, wir sehen das wirklich jetzt in der nächsten Folge. Ich mach nämlich jetzt nicht weiter. Baxters merkwürdiges Verhalten in diesen Ermittlungen macht ihn zu einem verdächtigen Glockenwörderfall. Ich muss ihn finden. Tja, und was dann passiert? Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ob ich ihn wirklich mit einem Erfolg finden kann? Also, hm, schwer zu sagen. Wirklich echt schwer zu sagen. Ach, du Schande. Ja, na klar, jetzt sind hier noch Dämonen. Okay, jetzt sind hier auch noch Dämonen. Ey, ich dachte gerade schon, das Spiel oder so? Ja, habt ihr das gerade gesehen? Voll der Lag! Also gut, ähm, ich weiß nicht, machen wir die Dämonen jetzt noch kalt? Ich glaub schon. Wir gehen hier noch ganz schnell durch, das muss hoffentlich. Das darf nicht zu lange dauern, ich muss mich verstecken. Das darf jetzt nicht zu lange dauern. Ich komm wahrscheinlich irgendwie eh nicht rum. Oh, der guckt so doof. Oh Gott! Ich sagte, das darf jetzt nicht so lange dauern. Ach, Mann. Ich bin schon wieder ganz schön verwirrt. Lalalala, ich bin nicht da. Nein, nein. Ich sagte, ich bin nicht da. Haut ihr mal ab. Haut ihr jetzt mal ab. Lasst mich doch in Frieden, bitte. Ich versuche doch nur, meine Geistergeschichten hier zu erledigen. Oh, Mann. Ey. Was soll denn das hier? Was soll das denn? Oh, Mann. Lasst mich bitte in Ruhe. Bitte, lasst mich einfach nur in Ruhe. Ich versuche doch nur, ruhig zu bleiben. Wer? Ach, Mann. Alter, ich raste hier gleich aus. Ist es jetzt mal langsam geklärt? Bitte. Das kann doch nicht ganz ernst sein. Dass ich hier permanent von dem gejagt werde und nicht entkommen kann. Sind sie jetzt langsam mal weg? Danke. Mein Gott, ey. Können einen ja tierisch auf den Geist gehen. Okay. Okay. Ich warte. Ich bin ganz ruhig und warte. Und dann werde ich dich einfach wegdrücken. Na, ich wollte jetzt nicht ganz, äh, ganz, äh, dezent, äh, komische Sachen sagen. Das wäre dann nach meiner Meinung nicht ganz richtig gewesen. Lauf. Danke. So. Wen bringen wir hier als nächstes zur Strecke? Auf jeden Fall keinen hier. So. Vielleicht den da. Indem wir ihn herlocken. Ablenken. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. Aber ich habe einen Plan. Und dieser Plan wird durchgezogen. Selbst wenn er meinen Tod bedeutet. Halt, stopp. Ich bin schon tot. Ach, Mann. Irgendwie wäre das cooler gewesen, wenn ich noch im Leben wäre. Hm, na egal. Dann hätte ich diese Action hier nicht haben können. Ach, komm schon. Vereilt euch mal. Ich hasse es eigentlich. Bei diesen Dämonen, da muss ich mir immer Zeit lassen. Und eigentlich, dadurch, dass ich das Ganze hier aufnehme, möchte ich mir keine so lange Zeit lassen. Muss ich ja sagen. So. Schon wieder dasselbe hier. So, ich weiß jetzt nicht, wie schnell er wieder zurückkommt. Deswegen verstecke ich mich noch mal kurz. Nur ganz kurz. Und kann dann nämlich hier lang laufen. Hallo. Hi. Na, wie geht's? Na, alles klar. Oh, Mann. Ich wollte dich doch gerade fressen. Geh da jetzt rein. Versteck dich. Das dauert mir hier schon wieder alles viel zu lange. Mein Gott, ey. Diese Dämonen, die sind vielleicht nicht mehr ganz taco. Die nerven einen. Die nerven einfach nur. Oh, nee. Ja, danke. Bin ich den lästigen endlich mal losgeworden? Wo soll er denn jetzt hin? Hallo? Ach, da hinten ist er. So. Wir machen es mal so und so und so. Hier komme ich eh nicht lang. Aber so bin ich schon mal ganz schön nah bei ihm dran. Ich kann ihn jetzt beobachten. Ich hätte einfach R drücken sollen gerade. Ich wollte mir aber so viel Zeit lassen und dachte mir, ah, ja toll. Ich wollte einfach mal den Rücken von ihm sehen. Was? Jetzt ist der hier draußen? Ich wusste gar nicht, dass der durch die Wand läuft. Ey, noch langsam geht's nicht, oder? Elendes Stück. Blödes Kack-Ding. Hau ab. Danke. Jetzt bin ich glücklich. Jetzt kann ich gehen. So. Äh, von wo bin ich eigentlich gekommen? Von hier, glaube ich. Ja, ja, ja. Das ergibt Sinn. Hallo? Ich verschwinde hier. Hier haben wir natürlich jetzt nicht alle Steine gefunden. Ist irgendwie ganz klar. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich erst mal hier noch nicht war. Ja, das ergibt Sinn. Aber, also mal kurz, wo geht's denn hier eigentlich raus? Wo geht's denn hier genau raus? Hier. Oh. Was? Was? Jemand hat mir von einem Mord erzählt. Ach du Schande. Nein, das ist gerade eben erst passiert. Die Polizei flippt völlig aus. Ach du Schande. Was ist passiert? Keine Ahnung. Klingt aber ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es gab ein weiteres Opfer des Glockenmörders. Ihr habt's gerade auch gehört. So, hier war... Nee. Doch. Nee. Hier war ich doch schon drunter. Hier wollte ich gar nicht hin. Das war jetzt nicht ganz richtig. Ähm. Ich wollte... Eigentlich... Hier durchrennen. Ja. Hier wollte ich hin. Hier hinten war ich nämlich noch gar nicht und hab mich hier noch gar nicht weiter umgesehen. Ich bin mir sicher, hier liegen Steine. Sage ich doch. Also nicht alle vier, aber gut. Hier war ich nämlich noch nicht und deswegen mussten hier Steine liegen. Vielleicht da hinten liegt glaube ich auch noch einer, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Das wird ein bisschen schwieriger, da hinzukommen. Aber nicht unmöglich. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott. Mein Gott, ey. Oh, das ist ja unheimlich hier. Zwei Stück fehlen mir hier noch. Ich weiß nicht, wo sie sind leider. Aber ich würde sie ja suchen, wenn ich sie jetzt... Oh, jetzt fehlt mir nur noch einer. Aber ich glaube, so spontan finde ich die nicht. Es wird ein bisschen schwieriger. Julias Gedanken. Date im Museum. Ich war wieder mit Ronan im Historischen Museum. Er ist kein großer Geschichtsfan, aber er weiß, dass ich es bin. Und es ist so lieb, dass er mitkommt. So amyös ist auch... Was? Amyös? Steht da echt amyös? Oder omi... Ich glaube, das ist... Oh, oh, oh. So omiös... Ist immer noch ein komisches Wort, aber ich weiß ja, ich kenne dieses Wort. Ich habe es schon mal gehört. Omiös. Ja, ja. Schlag das mal im Duden nach. So omiös es auch sein mag. Aber alleine dieses Gefühl, dass diese kleine Stadt so viel Bedeutung hat, dass Leute hier seit Jahrhunderten leben, hilft mir, mich hier heimisch zu füllen. Ach. Julia hatte anscheinend ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleinere Probleme, wie wir jetzt mitbekommen haben. Also, ich meine jetzt nicht nur psychisch gesehen. Doch eigentlich meine ich nur psychisch gesehen. Nicht nur körperlich gesehen, sondern auch psychisch gesehen. Das tut mir echt leid, aber... Ich habe sie ja durch sozusagen meinen... Meine Anwesenheit... Habe ich ihr gut helfen können. Was ich sehr schön fand. Und egal wie das hier ausgeht, ich glaube, wir werden wieder vereint sein. Wo ist denn dieser verdammte letzte Stein? Ehrlich, also ich bin jetzt so ein bisschen verärgert, dass es ein Stein nur ist, der mir fehlt. Also sowas kann ich nicht leiden. Wenn es eine Sache immer ist, das ist so nervig. Das ist so richtig so... So nach dem Motto... Ach man. Einer, wenn es nur noch einer ist, dann kann man den auch noch finden. So, hier kam ich. Von hier kam ich. Ja, hier war ich schon. Hier habe ich festgestellt... Ah, hier ist ein Zug. Was ist denn da noch? Kann dieser Zug mal hier wegfahren? Nee. Ach, Schatz, verdammt. Dieser Zug hat da ja angehalten. Ja gut. Ich glaube aber... Hier hinten kam ich doch auch noch irgendwo durch. Wo war das denn nochmal? Hier war das. Ganz genau. Hier kam ich noch durch. Warum sollte der Stein eigentlich nicht hier liegen? Hier habe ich mich ja auch nicht weiter umgesehen. Aber es scheint mir fast so... Als wäre es doch etwas schwieriger, diesen letzten Stein zu finden. Ach man. Das finde ich jetzt so ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ein Stein, das ist so... Ach. So nach dem Motto, ich bin fast am Ziel, aber ich schaffe es einfach doch nicht. Kann man hier sich hochteleportieren? Nee, kann man nicht. Das ist traurig. Das ist echt schade. Ach, dieser eine Stein, ja, das ist... Ich komme über diesen Stein nicht hinweg. Merkt ihr das? Ich komme einfach nicht hinweg über den Stein. Okay. Wir haben hier noch ein weiteres Geistergesetz gelernt. Geister können nicht durch Geister gehen. Geister können durch Menschen gehen, aber nicht durch Geister. Merkt ihr euch das? Ist hier hinter der Bank? War das hinter der... Nein. Oh, Mann, oh. Ich dachte, hinter der Bank hat etwas geleuchtet. Na gut, dann sage ich, ich gebe es auf. Ich suche diesen Stein ein andermal. Weil ich finde ihn jetzt einfach nicht. Egal, wie hartnäckig ich danach jetzt suche, ich finde ihn jetzt nicht auf die Schnelle. Und ewig danach suchen. Ich weiß, das würde euch nur langweilen. Deswegen sage ich von mir aus, ich suche ihn das nächste Mal. Versprochen. Wir finden ihn noch. Eines Tages habe ich ja gesagt, was ich sehr wichtig finde und was ich auch tun werde. Ich werde alles nochmal suchen, besonders diese Artefakte oder Fragmente für die Geistergeschichten und werde dann nochmal ein Video daraus machen. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Ach du meine Güte, das kann nicht ehrlich sein. Wozu die Eile, Jungs? Wo wollt ihr hin? Ach nein, nein. Oh mein Gott. In der Kirche ist irgendwas passiert. Und wir wollten gerade noch, dass Joy zur Kirche zurückgeht. Ach du Schande. Es heißt, es wird nochmal spannend das nächste Mal. Entweder ist jetzt was richtig Schockierendes passiert, was die Spannung des Spiels nochmal richtig in die Höhe reißt oder wir neigen uns damit sozusagen zum Finale, dass da jetzt was passiert ist. Aber das kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Wir werden es gleich, gleich in Anführungszeichen, das nächste Mal sehen, was genau jetzt in der Kirche vorgefallen ist. Dies und vieles mehr sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr hattet euren Spaß so ein bisschen bei meiner Dummheit, meiner Dämlichkeit und meiner Inkompetenz zu spielen. Aber wenigstens habe ich es auf raffinierte Art und Weise angegangen. Deswegen bin ich ganz stolz auf mich. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und wir sind raus. Und wir sind raus.